Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchela und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs und soll ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy, was wir aus einer Kiste bekommen können und zwar hier aus der Bastion. Das Toy schimpft sich akrobatischer Provost und diesen können wir aus allen möglichen Kisten hier in der Zone Bastion bekommen. Ich habe meine jetzt hier oben bei den Koordinaten 25 und 26 bekommen. Was sind das für Kisten? Und zwar haben wir einmal hier die silberne Schließkassette, da kann es drin sein und dann kann es noch, wo es ich rausbekommen habe, aus der vergoldeten Truhe drin sein. Die vergoldete Truhe hat hier eine 12%ige Draubschrause, das ist die große Kiste, die euch auf der Karte ein bisschen anders noch angezeigt wird, also mit so, ja, mit zum Außenbereich, außenrum noch. Und die silbernen Schließkassetten sind im Endeffekt die normalen Schließkassetten, da hat es auch nur eine 4%ige Draubschrause. 4 und 12% sind schon ganz ordentlich dafür, dass man die tatsächlich täglich öffnen kann. Ich habe es jetzt nach ein paar Kisten drin gehabt und was macht das gute Ding, wenn wir das lernen und einsetzen, ruft einen akrobatischen Provosten an eure Seite. Wenn mehr als einer anwesend ist, steigt einer auf die Schultern des anderen, um neue Höhen zu erklimmen. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie das funktioniert. Man hat anscheinend 5 Minuten Abklingzeit auf das Ding. Ich vermute mal, dass das auch mit dem Provosten von der Covenant hier aus Bastion funktioniert. Da kann man sich ja auch einrufen, vielleicht klettert das da auch hoch. Ich würde sagen, wir lernen das einmal und dann beschwören wir ihn mal. 5 Minuten hat es Abklingzeit. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die da bleiben. Vielleicht bleibt er auch länger da, dass wir das ausprobieren können. Hier sieht man ja bei der World Quest, wie das aussieht, wenn da einer auf den anderen hochsteigt. Oder man kann vielleicht eventuell das auch mit anderen Spielern ausprobieren. Ich sehe jetzt gerade, der moved leider nicht mit. Schade, der bleibt einfach nur stehen. Ich vermute, dass wenn man hier stehen bleibt oder mehrere Leute das einsetzen, dass man dann vielleicht die aufeinander hochstecken kann. Ähnlich wie die Blinktrons quasi miteinander interagieren. Gut, das war es eigentlich soweit mit dem kleinen Toy Guide. Wie gesagt, die Kisten spawnen hier überall. Silberne Schließkassette, beziehungsweise die, die ich aufgemacht habe. Die vergoldene Truhe, die hat halt 12% und die befindet sich hier oben an 4 verschiedenen Spawnpunkten. Ich hatte jetzt, glaube ich, hier den Spawnpunkt gehabt. Und hier seht ihr nochmal, da oben in dem Bereich, ihr seht es aber auch auf der Karte angezeigt, wenn die Kiste da ist. Gut, dann verabschiede ich mich an der Stelle. Ich hoffe, der eine oder andere hat ein wenig Glück, so wie ich, und zieht das toll raus. Und dann, ja, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dann. Ciao.